Was ist der Zusammenschluss aller Hamburger Asclepius-Geriatrien? Ancores, die Altersmedizin, ist das Qualitätsversprechen von Asclepius, jeden Patienten in einer unserer sieben Asclepius-Kliniken geriatrisch mitzubetreuen. Was ist der Zusammenschluss aller Hamburger Asclepius-Geriatrien? Standortübergreifendem Netzwerk können wir an jedem Asclepius-Standort geriatrische Expertise unseren Patienten anbieten. Das heißt, nicht nur Klinik mit einer eigenen geriatrischen Hauptabteilung, sondern auch alle Hamburger Asclepius-Kliniken profitieren von dem geriatrischen Know-how. Dies kann sein durch konsiliarische Visiten, gemeinsame Besprechungen oder Einzelfallentscheidungen, die wir zusammen mit Ihnen besprechen. Viele Patienten brauchen geriatrische Expertise über das eigentliche Krankheitsbild hinaus. Der Patient mit einem Beinbruch und einer Pneumonie muss auch bezüglich seiner Multimibidität, seiner Nebenerkrankung behandelt werden. Dieses kann Ancores im Rahmen der hausübergreifenden geriatrischen Expertise an jedem Standort anbieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.